Was ist das? Hä? Ich geh gerade in Battle Royale rein, das lädt nicht. Doch jetzt. Was ist... going on? Oh mein Gott, es ist lacking. Mensch, was? Es ist lacking, Alter. Trailer? Hektische Musik. Hier ist Bell. Feindliche... Donnergrollen. HR-Einheit. Auf Ben und Banane, Mann. Juhu! Oh, was ist OP, Digga. Durchgespielt, Digga. Ist ja von Pixels geklaut, gefühlt. Wo ist der hessische Powercore? Hä? Wer kommt aus dem Powercore? Bunker... Bunker-Tour öffnet sich. Schluftgeräusch. Bunker-Tour-Tour. Echt, du fünscht schon hoch? Schluft, Geräusch. Das ist jetzt Neues. Tilted, Retail und Vulkan. Wir kommen in der Zukunft. Der Trailer ist, glaube ich, der längste, den es bis jetzt gab. Wer guckt den Trailer mit rutschraubt? Haha, weil er kommt? Er rippt mich. Ich mach Sichtpult an. Gucken wir mal rein hier. Ach, warte, komm. Gucken wir nicht rein, Alter. Komm, rippt noch einen. Okay, wir gönnen uns. Was ist das? Okay, 11 Sachen. 11 Sachen. Okay, ich glaube, die sieht auch in dritter Stufe am kurzen aus. Jetzt haben wir 15 Fort By ETs. Boah, Alter, ist das geil, Mann. Die hole ich mir. Nicht. Okay. Ist nicht sehr nice. Ja, der Skin ist der geilste aus dem Battle Pass, würde ich sagen. Gacka Schritt, Mann. Frisbee. Posaunen-Noob. Posaunen-Noob. Okay, der Endskin ist okay, würde ich sagen. Schauen wir noch mal im... Mit euch. Jetzt müssen wir ein Puzzleteil sammeln. Ja, der Shop ist auch... Ich schwöre, ich switch gleich in irgendein anderes Spiel, Digga. Ich glaube, ich hole mir den. Muscha auch? Ich glaube, ich hole mir Muscha, Mann. Oder ich... Ey, mein ich doch. Digga, besser Gegenwert. Wow, Digga, das sieht voll behindert aus, Digga. Fortnite, mal wieder keine Hobbys, wie immer. Es steht noch, noch.